Moin meine Lieben, hier ist eure Stempelpiratin Jessi. Ich bin unabhängigste Band-Up-Demonstratorin und lebe in Rostock. Das hier ist das Cover vom neuen Jahreshauptkatalog Mai 22 bis April 23. Ich darf euch nur das Cover zeigen. Ist es hübsch? Ja, aber meine Vororderkammer und die darf ich euch zeigen. Und zwar, das ist einmal das Stempelset Alles Glück. Mit den passenden Stanzen. Auch das, was vorne auf dem Cover drauf ist. Einmal die passenden Stanzen für die Blümchen und für die Blätter. Dann so ein bisschen Bordüren. Da kann man, glaube ich, ziemlich coole Effekte mit Stickgarn machen. Das ist eher was für einen Hintergrund. Ja, da kann ich mich so ein bisschen mit austoben. Und dazu gehört auch noch das Papier. So, ich muss gerade ein bisschen umziehen, weil jetzt hier die Sonne rumkommt. Kreuzchen und die Blümchen, die Blümchen, das finde ich so schön. Noch eine kleine Blümchen und Regenbogen-Pinselstriche. Dann haben wir hier größere Blümchen. Und das ist auch hübsch. Dann ziehe ich dich mal ganz raus. Das ist auch schön. Das hier, jetzt muss ich mal gerade gucken. Mein Bauch sagt, das müsste passen. Ja, perfekt. Das heißt, man kann sich hier schön die großen schon mal ausstanzen. Brauchst du die nämlich nicht von Hand kolorieren. Das spart auch schon mal Zeit. Finde ich ganz grandios und die sind echt schön. So, nochmal hier nochmal einen schönen Blauverlauf. Oh, das ist hübsch. Das sieht aus wie Pinselstriche mit Öl oder Acrylfarbe auf Leinwand. Dann haben wir hier, das sind die Blüten, die vorne auch auf dem Cover drauf sind. Da wird das dann, na. Ich drehe mal hier wieder einen Wolf. Kann man sowas ja auch nicht merken, ne. Wo es was jetzt hingehört und so. So, wir haben hier die Spitze. So, jetzt vielleicht dann auch mal richtig rumlegen, ne. Grandios. Und da die Spitze. Spitze mit zweimal flach daneben. So, genau. Dann passt das nämlich so da drauf. So, und wenn man sich das dann richtig markiert und sich dann merkt, okay, wir haben hier die große Einkerbung zwischen den Blüten und wir haben hier die Einkerbung auf dem, auf den Stanzformen. Ich mach mal damit eine kleine Markierung drauf, wäre das wahrscheinlich am Sinn von uns. So, dann haben wir hier den rosa, gelb, pink. Genau. Ja. So, wir haben inzwischen hier Unterstützung bekommen von meiner Tochter und die gibt uns jetzt die Stempelkissen an. Einmal pink und einmal rot und einmal grün, einmal blau und einmal... Nochmal blau, ne? Ja, und einmal dinkelblau. Dinkelblau? Ja. Okay. Also, das war die Vorstellung meiner Tochter von den neuen Inkala-Farben. Papageien grün, Sommersorbet, Orchideen lila, Karibikblau und Nachtblau. Ich mach da noch aber mal ein separates Video zu, zu den Farben, in denen ich sie euch mit anderen Farben vergleiche. Eventuell auch mit älteren Farben. Dann gab es dazu noch die, das passende Garm. Die passenden. Die passenden auf, äh, die, ja, Deko-Elemente, ne? Die wollte Mausi sich vorhin schon schnappen, um damit zu basteln. Habe ich auch gesagt, nein, ich muss die doch noch meinen, äh, YouTube-Followern zeigen. Die sind echt hübsch. So. Dann haben wir hier die Blends. Die Stampin' Right Marker. Die Nachfüller habe ich vorhin schon direkt weggepackt. Ja, super. Und wir haben hier noch einmal Designer-Papier. Cool. Gestreift, geblümt, kariert, gepunktet. Grün. Das Grün, das kann man, glaube ich, am ehesten vergleichen mit... Punkt, Punkt, Punkt. Mit Limette, was es mal gab. Ein bisschen lustig heute. Ein bisschen lustig heute. Tinkelblau, hellblau, hellblau, hellblau. Das könnte ich mir auch für eine Babykarte ziemlich gut vorstellen. Ja, so. Ja, so. Und dann würde ich sagen, das war's. Genau. Bleib gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst mir gerne ein Däumchen da oder ein Abo. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bis dahin. Bleib gesund. Ciao. Sagst du auch noch mal tschüss? Tschüss. 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 Tschüss.